Ok, Kamera! Da ist die Kamera! Geh doch! Manchmal möchte er nicht so, wie ich möchte. Aber jetzt möchte er. Jetzt lege ich Spillaki übers Knie. Große Worte von einem, der nicht besonders gut in Spillanki ist. So, den war gestern dran. Jetzt nehmen wir den etwas fülligeren mit der engen Hose. Ja, so gehe ich. Ich möchte da rein. Das hat sich hier nicht voll gelohnt. Das Wie soll es? Das war's, dass der Abenteuer ist. Was geht hier eigentlich ab mit der Schrotflinte? Gestern eine Schrotflinte, heute sind eine Schrotflinte drin. Was soll man davon halten? Geht die da jetzt eine Schrotflinte her oder wie? Oops! Na? 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 Diggi? Dafür ist die Schrotflinte gedacht. Zum Fallen auslösen. Nur dafür. Es gibt keinen anderen Zweck für die Schrotflinte. Hallo, küsst den Diggmann mit der Schrotflinte. Er hat's verdient. Damit der Spiel gleich weiß, was hier losgeht. Jetzt wird nicht lange dauern. Was geht hier los? Was ist ein Schrotflinte. Ich hoffe, es ist ein Schrotflint. Und jetzt werden wir das Schrotflinte. Ah! Ah! Und wofür das ganze? Gar nichts, gar nichts. Na, schmackig schmackig. Dreh dich um! Dreh dich um! Damit ich dich erschießen kann. Oh, verdammt. Vielleicht sollte ich nicht immer den Dings töten. Aber wenn sie mir eine Stromplatte geben, habe ich doch keine andere Wahl, ne? Wieso darf ich mein ganzes Geld haben? Dreh dich um! Dreh dich um! Da! Keine Ahnung warum ich immer rumspiele. Warum spiele ich immer rum? Warum habe ich die einfach? Ist doch nicht nett. Wer macht denn sowas? Wer macht denn sowas hier? Oh-oh-oh-oh-oh-oh! Ok, und ab dafür. Da ist jedenfalls die Kiste, aber wo ist der Schlüssel? Die Kiste, die Kiste, die Kiste, die Kiste und die Kiste. Die Kiste, die Kiste, die Kiste, die Kiste und die Kiste sind. Das war's für heute. so ein schlüssel den sauge das auge da war eine große spinne ich habe mir das gerade anders überlegt das stört die kiste nicht die spinnen die spinnen die spinnen die spinnen naja das lief ja grandios keine bomben tschuldigung ach ja na komm herr frosch das war super super oh da waren wir da zum opfern hat die frau noch mal glück gehabt so 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 wie bitte naja nein vielen dank das war das war Tschüss, tschüss.